Okay, das Ding muss noch ein bisschen lauter, glaub ich. Okay, check ab, das ist ein Solo-Ding. Okay, meine Stimme ist schon extrem angeschlagen. An alle Mädchen. Heute sind schon drei Leute versorgt auf meiner Station. Wow, wow, okay. Warum tust du mir das an? Womit hab ich das verdient? Denk weil du schlecht bist. Warum tust du mir das an? Womit hab ich das verdient? Denk weil du schlecht bist. Warum tust du mir das an? Womit hab ich das verdient? Denk weil du schlecht bist. Warum tust du mir das an? Womit hab ich das verdient? Denk weil du schlecht bist. Meine zwei Hunde. Jetzt sind sie mich rammelt. Komm her, schau her. Ey, frühe. Frühe, Demi. Demi, frühe, das. Du auf. Was? Ham-Mui, wie? Ey, Stinguu. Warnung, pass auf, dass du wieder runterfällst. Bist du nicht flippst da? Warum tust du mir das an, womit habe ich das verdient, der bei uns schlecht ist? Zu viele Herz auf Versprechen gebrochen die letzten Wochen, sondern auf Streit, verletzte eine Zeit, jetzt bin ich schlecht. Mein Traum, mein Traum zwischen Träumerein und Haken, fack ich räume, ich bin Träuser, doch ich kann nicht, Mann, was soll ich machen? Warum tust du mir das an, womit habe ich das verdient, der bei uns schlecht ist? Da war ein Schischtes, warum tust du mir das an, womit habe ich das verdient, der bei uns schlecht ist? Der bei uns schlecht ist, warum tust du mir das an, womit habe ich das verdient, der bei uns schlecht ist? Come on. Vielen Dank. Vielen Dank.